Ihr Schutzengel schützt Sie heute und immer vor Schaden. Willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein finanzielles Wunder in nur zwei Minuten erhalten können, nachdem Sie dieses kraftvolle Gebet gesprochen haben. Schließen Sie sich uns im Glauben an, während wir göttliches Eingreifen und finanzielle Segnungen durch die wunderbare Fürsprache des heiligen Antonius suchen. Bereiten Sie sich darauf vor, eine Transformation in Ihren Finanzen zu erleben und den Überfluss zu sehen, der Sie erwartet. Gebet für ein finanzielles Wunder Himmlischer Vater, während ich mich heute Deinem Thron der Gnade nähere, möchte ich Dir im Voraus für die finanziellen Segnungen danken, die auf mich zukommen. Ich weiß, dass Du all meine Bedürfnisse nach Deinem Reichtum in Jesus Christus erfüllen wirst. Wie Dein Wort in Psalm 34 zu 10 sagt, Die Löwen können schwach werden und hungern, aber die, die den Herrn suchen, werden keinen Mangel an irgendeinem guten Ding haben. Anführungszeichen Himmlischer Vater, ich preise Deinen heiligen Namen und erhebe meine Hände in Hingabe an Dich. Ich setze mein Vertrauen in Dich, denn Du bist mein Versorger und Du hast mich nie im Stich gelassen. Ich werde mir keine Sorgen um meine aktuelle finanzielle Situation machen, weil Du mir alles geben wirst, was ich brauche. Meine Augen sind auf Dich gerichtet, Herr. Du versorgst mich mit allem, was ich zur richtigen Zeit brauche. Ich weiß, dass Du Dich um mich kümmern wirst und dass ich gedeihen werde. Du bist der allmächtige Gott, größer als jedes Problem, das ich jemals haben werde, daher lege ich all meine finanziellen Lasten auf Dich, während ich auf ein Wunder von Dir vertraue. Vater, ich komme mit einem Herzen voller Dankbarkeit vor Dich und erkenne an, dass Du die Quelle aller Segnungen bist. Ich danke Dir für die Gewissheit, dass Du all meine Bedürfnisse erfüllen wirst. Dein Wort in Philippa 4.19 Uhr sagt Und mein Gott wird all Eure Bedürfnisse nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus erfüllen. Anführungszeichen Ich stehe auf diesem Versprechen und vertraue darauf, dass Du mich reichlich versorgen wirst. Herr, ich erhebe meine finanzielle Situation zu Dir, in dem Wissen, dass Du über jedes Detail Bescheid weißt. Ich bete um Dein göttliches Eingreifen und bitte Dich, alle Hindernisse für meinen finanziellen Wohlstand zu entfernen. Gib mir die Weisheit, meine Finanzen klug zu verwalten und Entscheidungen zu treffen, die Deinem Willen entsprechen. Führe mich auf den Weg zur finanziellen Freiheit und Stabilität. Während ich meine Augen schließe und dieses Gebet zu Dir spreche, bitte ich um Deine Führung und finanzielle Weisheit. Zeige mir den Weg, den Du für mich vorgesehen hast, und ich werde ihm gehorsam folgen. Segne mich finanziell, Herr, damit ich ein Segen für alle um mich herum sein kann. Fülle mein Zuhause mit Reichtum. Ich glaube, dass Du die Schleusen des Überflusses öffnen und finanzielle Segnungen über mein Leben ausschütten wirst. Ich bitte um außergewöhnliche Gunst und ungewöhnliche Wunder in meinem Leben. Herr, bitte zerstöre alles, was gegen meine finanziellen Segnungen ist. Entferne jeden finanziellen Fluch, der versucht, meine finanziellen Segnungen zu stoppen. Entferne jeden finanziellen Fluch von mir oder meiner Familie und lass uns finanziell gedeihen. Ich glaube und erkläre jetzt, dass ich in Jesu Namen finanziell frei bin. Jede finanzielle Schwierigkeit in meinem Leben wird beseitigt. Ich bin nicht länger ein Sklave der Armut. Ich bin in meinen Finanzen gesegnet. Danke, Herr, dass Du mir finanzielle Freiheit gewährt hast. Ich danke Dir im Voraus für meinen finanziellen Wohlstand. Ich erkläre, dass ich in den Bereich des finanziellen Überflusses eintrete. Dein Wort ist endgültig, Herr. Es kann nicht scheitern. Danke, dass Du mich gerettet und finanziell gesegnet hast. Danke, dass Du mich auf Weisen gedeihen lässt, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Danke für das, was kommt. Ich beanspruche jedes Wunder und jeden Segen, den Du für mich hast, Vater. Vater, ich bete auch für diejenigen um mich herum, die finanziell kämpfen. Mögen Deine Segnungen auch ihr Leben überfluten. Nutze mich als ein Werkzeug, um Deine Großzügigkeit und Liebe an andere weiterzugeben. Lass mein Zeugnis Deiner Versorgung Glauben und Hoffnung in denen inspirieren, die es hören. Ich verpflichte mich, ein guter Verwalter der Ressourcen zu sein, mit denen Du mich segnest, und sie zu Deinem Ruhm und zum Wohle der Bedürftigen zu nutzen. Himmlischer Vater, ich setze mein vollständiges Vertrauen in Dich. Ich gebe all meine Sorgen und Ängste bezüglich Finanzen in Deine fähigen Hände. Ich weiß, dass Du im Hintergrund arbeitest und alles zu meinem Besten orchestrierst. Mit einem Herzen voller Glauben danke ich Dir für den finanziellen Durchbruch, der auf dem Weg ist. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich das Zeugnis Deiner Güte und Treue teilen kann. Danke, Herr, für Deine endlose Liebe und dafür, dass Du mein Gebet erhört hast. Ich bin zuversichtlich, dass Du in Deiner perfekten Zeit antworten wirst. Bis dahin werde ich Dich weiterhin preisen und auf Deine unfehlbaren Versprechen vertrauen. In Jesu kraftvollem Namen beten wir. Amen Geben Sie Amen ein, wenn Sie an Wunder glauben. Sehen Sie sich diese wichtige Nachricht jetzt an.